Liebe Freunde hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Spacehaven ihr Lieben und willkommen hier zu Enterprise. Wir sind jetzt dabei ja weiter hier weiter auszubauen, also unsere Stromversorgung zumindest und daran arbeiten wir jetzt und ich bin mal gespannt wie schnell wie ich hier wieder uns wohler fühle. Das ist so ja gerade etwas worum ich mir Sorgen mache. Nichtsdestotrotz müssen wir halt dadurch es hilft nichts es hilft nichts so sehr interessant was kann man hier handeln Oh das wäre so gut ne Für was zahlen die gutes Geld für Hyperion ne Energie Blöcke, Tech Blöcke Schau mal kurz was ich entbehren kann Ich überlege hier gerade echt ob ich hier nicht echt noch mehr rein knallen soll Ob ich nicht noch einen bauen soll, wisst ihr was ich meine? So dass ich nochmal zwei Tech Blöcke kaufe wenn die denn was haben Ähm Haben die was? No haben die nicht Die verkaufen keine Tech Blöcke Die verkaufen ein bisschen Wasser wenn wir Lust haben Wie sieht es bei uns mit Wasser aus? Geht noch Hält sich im Rahmen Ich könnte so ein bisschen Infraschrott mal verticken Ja das mach ich mal So der kann jetzt angeschlossen werden Hier hin Und auf den nächsten warten wir jetzt auch ne Verbinden Verbinden Hier mit So Äh Schiffe sind in den Sektor eingetreten Das müsste ja jetzt auch durch sein Der Handel hier Mhm So wir müssen weiter Wir müssen weiter ziehen Und zwar zügig auch Jetzt wieder Und wir bereiten mal unseren Sprung vor Wenn der denn soweit ist Scherfahrt Sektor verlassen Wir zwingen mal die Leute dazu Und springen Ab geht's hierfür Hier ist ne Station ne Stationieren Und was ist das hier für ne Station Eine Agrarstation Eine Agrarstation Sehr interessant Betriebspult Achso ja Betriebspult Besetzen wir mal Hilary geht mal zum Betriebspult Michele Sei gegrüßt Weltraumreisender Bei uns sind ein paar Ressourcen knapp geworden Dann wärst du bereit uns zu helfen Sie benötigen 5 Kohlenstoff Beabschieden Kriegen die jetzt von uns 5 Kohlenstoff Oder was? Ja machen wir mal Metalle werden abgebaut Das hier auch Das hier auch Ich weiß es halt echt nicht wie es jetzt mit unserer Energieversorgung aussieht ne? Also eigentlich gar nicht gut Eigentlich echt schlecht Ich weiß es nicht das hier auch nicht Ich frage mich gerade, ob der Handel denn abgeschlossen ist. Also Wasser steht. Die Energium-Kristalle könnten wir nehmen. Neuer Handel. Ich will mal kurz schauen. Gibt uns mal Energium-Kristalle. Ich gucke gerade, wenn ich den 10-Tech-Schrott gebe, ob ich noch einen hinkriege. Differenz 75. Differenz 75. Differenz 89. 86. 81. Das lief alles nix. Differenz 103. Irgendwas, was 50 wert ist. Differenz 70. 67. Ich weiß nicht. Ich meine von Dingern. So. Machen wir dann jetzt auch nochmal so einen Handel. Und dann ist er auch gut, oder? Perfekt. Ich weiß auch gar nicht, was wir gerade forschen. Stromgenerator. Den besseren, ne? Der effektiver arbeitet. Das war's, ne? Handel abgeschlossen, oder? Ja. Ja. Wir jumpen. Oh, Mist. Springen. Bauen wir hier mal halt so langsam ab, ne? Machen wir mal so, ne? Stationieren. Und abtransportieren. Ab geht's. So. Ab geht's. Ah, ich vergesse das immer. Die müssen sich auch ausruhen können, die Leute. Habe ich Tech-Blöcke noch da? Frage ich mich gerade. Ähm. Nein. Bin ich. Bitte. Wie oft können wir eigentlich noch jumpen laut? Allmal nach hier. Sieht man das hier nirgendwo? Anders hier. 24 Sprünge können wir machen. Okay. Energiestäbe sind da als, sind Mangelware, ne? Das ist so krass. Ähm. Falls unter 20, sag ich mal. Hier bitte auch. Falls unter 20. Dann soll gemacht werden, so. Wie nah ist hier die Sonne eigentlich? Was sagt? 86 Prozent. Das ist schon mal mehr. Wie Initially? Aber es war sehr. Ich bin eigentlich. Ich bin eigentliche im田 Ich bin. So. Wird noch abgebaut? So wurde auch schon abgebaut. Wir hüpfen weiter. Springen. Oh. Abrichten. Wo ist Diana? Gut. Ja wir hätten sie dann halt zurückgelassen. Auch nicht schön. Nicht die feine englische Art. So. Fliegen wir mal weiter hier jetzt. Ah, pão. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das wesentlich heftiger effektiv ist. Das kann ich nicht sagen. Aber gefühlt ja. Also es war schon richtig. Ist auch schon abgebaut. Gut. Dann hüpfen wir auch. Springen. Hier waren wir schon glaube ich. Das haben wir schon auseinander genommen. Haben wir das? Ich guck nochmal nach. Ich glaube ja. Ja. Ja haben wir schon. Dann bitte nochmal. Ich finde es einfach so geil wie die Turbinen so hoch fahren. Ist echt schön gemacht. Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Dann geht es mal zurück. So. Jetzt ist die Frage. Wo waren wir? Ah ne. Ärgerlich. Ärgerlich. Wollt ihr weitermachen? Ja wenn wir jetzt schon mal hier sind. Dann gucken wir mal. Ob wir mit denen handeln können. Haben die was da? Habt ihr Techblöcke Leute? Ne. Haben die nicht. Hm. Kann man mit denen handeln? Zahlen die für etwas gute Sachen? Können wir mal so ein bisschen Infraschrott loswerden. Annehmen. Dann machen wir das mal. Handeln wir mal. Wo es weiter geht. Jo der Handel findet jetzt statt glaube ich. Ist denn der Arbeitsplatz jetzt besetzt? Ist jetzt die Frage. Ich kontaktiere die mal. Grüßen. Callt von New Heaven. Handel gestattet. Kein Zugang zur Dienstleistung. Aha. Hm. Ja wir verabschieden uns mal. Dann sagen wir auch mal tschüss. Tschüss. So. Äh. Springen. Springen. Okay. Nicht besuchter Sektor. Nicht besuchter Sektor. Nicht besuchter Sektor. Nicht besuchter Sektor. Habe ich hier nichts besucht. Unerforscht. 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 Komplett unerforscht. Nicht besuchter Sektor. Okay. Okay. Liegen wir mal hier hin. Hm. Interessant. Befindet sich hier etwas? Ja. Alles klar. Alles klar. Lasst uns mal Handel treiben. Was haben die? Was haben die? Was haben die? Haben die Techblöcke? Hm. Haben sie. Hm. Neuer Handel. Okay. Die sollen uns mal Techblöcke geben. Am besten zwei. Und wir geben denen. 19 für dich. Was wollen die für die Links haben? Und zwar. Shit. So. Habe ich denn noch was, was 69 Wert hat? Chemierohstoff. Sollen wir mal einen Chemierohstoff rüberhängen? Jo. Machen wir. Weil dann gibt's gleich die Nr. 2. Dann werden wir nämlich das mal hier hin bewegen. Ich würd den mal demontieren. So. Dann kommt hier nämlich der Nächste hin. Zack. Ich guck mal, dass ich hier mal keine Logistik mache. Was das für uns bedeutet. Ich bin echt mal gespannt. Starke Thermalstrahlung im Sektor. Okay. 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 An sich haben wir jetzt Wasser. Frage ist halt echt so. Wo war das nochmal hier mit dem Wasserdampf? So. Wir haben ja nirgends so richtig Wasserdampf. Hier vielleicht noch so ein bisschen. Aber das wird ja von nichts eingesammelt, oder? Hier ist ein Wasserdampf-Sammler. Und nochmal hier einer. So. Und deswegen. Weiß nicht. Sollten wir hier vielleicht doch nochmal anbauen? Anbauen. Fasern. Also Fasern. Also Fasern. Weiß nicht. So. Ich würd jetzt nochmal anfangen, Früchte anzupflanzen. Und hier dann irgendwie Wurzelgemüse. hier dann, äh, Nüsse und Samen. Künstliches Fleisch weiß ich nicht. Lohnt sich das? Kann man das nicht anders gestalten? Sagen wir mal so. Geht das nicht anders? Was können wir zum Beispiel mit den, äh, Fasern hier anfangen? Wir haben bei der Herstellung von Geweben verwendet. Okay. Was heißt das? Kann ich damit dann irgendwie so Stoffe herstellen zum Verkaufen, oder was? Ne? Fragen über Fragen. Ist ja so. Ähm. Ressourcen. So ein Mikroweber. Der produziert dann was? Okay. Interessant. Soll ich den mal erstmal so hier hinstellen? Zum Gucken? Mach ich mal. Okay. Dann, ja. Hören wir mal mit dem Fleisch auf. So. Wir werden dann sagen, ähm, Übersicht, Einstellung. So. Kein, ähm, künstliches Fleisch, ja? Okay. So, wie mach ich das denn? So, wie mach ich das denn? Nüsse? Nüsse? Nährwert zu hoch. Mh, doch nicht, ne? Doch nicht. Nüsse. Okay. Okay, Vitamine nehmen ab, ne? 97. Irgendwas nimmt immer ab. Wurzeln, Wurzeln, künstliches Fleisch, Nüsse, Samen. Zubereitete Mahlzeit reicht nicht ganz. Ähm. Was ist zu niedrig gerade? Vitamine und Proteine. Proteine, Vitamine zu wenig. Wenn wir es so machen, ist okay. Wenn wir es so machen, ist 100. 13, 13, 17, 11. 101, 12, 14, 18, 11. Ne, dann machen wir es mal so. Ne? Oder? Oder lieber künstliches Fleisch. 13, 13, 17, 11. Ach, Moment mal. Wir machen das mal nochmal anders. So, Wurzelgemüse. So, 10. Dann Früchte. Früchte sorgt ja so ein bisschen für Vitamine. Dann kommen mal Nüsse dazu. Dann kommt mal ein bisschen Fleisch dazu, ne? Dann stellt sich die Frage, kann man irgendeins hiervon runterschrauben? Ja. Mhm. Mensch, ich mach das mal nochmal. So, zubereitete Mahlzeit. So, ich fang mal mit Wurzelgemüse an. So, so ist super. Dann fang ich mal mit Vitamine an. Dann mit Nüssen und Samen. Dann mit Fleisch. Proteine. Und jetzt stellt sich die Frage, kann ich irgendeins davon runterstellen? Und was? Und was? Ich würde mal Früchte runterstellen. Geht nur eins. Geht nur eins. So. So. Speichern. Das ist so unser Feeling hier. Dann werde ich hier mal mit dem Mikrokrams mal aufhören. Und dann mach ich hier mal Fleisch. Und dann mach ich hier mal, äh, Fleisch. So. Günstliches Fleisch. Und das Ding wird erstmal abgebrochen. Und wir sind auch schon mal wieder am Ende einer Folge, ihr Lieben. Äh. Ja, beim nächsten Mal geht's weiter. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Ciao. Euer Fari.